Mit der aktuellen Sonderausstellung 30 Jahre Bilder aus der Anfangszeit blickt das Museum im Dorf in Reutlingen-Betzingen auf seine eigene Entstehung zurück. Eröffnet wurde das Ortsmuseum am 2. Juli 1988. Seitdem wird das alte Bauernhaus als Außenstelle des Heimatmuseums geführt und ist ein integraler Bestandteil der Reutlinger Museumslandschaft. Zentrales Thema ist der Wandel des Dorfes durch die Industrialisierung von 1850 bis 1910. Die Fotos und Dokumente aus der Anfangszeit des Museums sind bis Ende Oktober zu sehen.